Uh, neue Woche, neue Lupe. Und den können wir mal mitnehmen. Und damit erstmal willkommen ihr Lieben zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Den nehmen wir eben mal mit, bevor wir überhaupt in das eigentlich... So, jetzt aber. Ja, ich bin ein echter Hornoxer. Ey, klicke da unten dann gleich auch weiter. Ich weiß nicht, was mich gerade geritten hat. Aber so kann man ja auch Video-Folgen füllen. Oh, ich habe gar nichts mit dabei. Oh, ich habe hier Luft-Truppen drin. Ah, shit. Das ist eigentlich ein bisschen doof, aber vielleicht ist es doch gar nicht so schlecht. Und ich habe auch wieder hier irgendwie meine Spender-Truppen am Start. Aber das macht eigentlich nichts. Dann nehmen wir die mal so mit und den Worten stellen wir schon mal um. Auf Luftikus. Denn wir haben ja noch ein bisschen Luftarmee am Start. Ähm, ja, so ein bisschen, noch ein bisschen Farm. Und, ähm, so ein bisschen natürlich aufs Update hinarbeiten. Gar keine Frage. Denn das kommt ja mit harten Schritten auf uns zu. Was auch sicherlich nicht schlecht ist. So, jetzt müssen wir aber so langsam. Ja, wir nehmen mal hier unsere Elektro-Drache mit rein. Und nehmen jetzt hier unsere ganzen Ballons. So. Ich habe ja nur, ich habe nur einen Lava-Hund. Ah, ich habe nur einen Lava-Hund. Schade, schade, schade. Schade, dass ich nur einen Lava-Hund habe. Okay, dann verdoppeln wir hier aber mal die Anzahl der Loons eben mal. Und müssen jetzt mal gucken, wo wir hier eigentlich unseren... Ah, da haben wir den Flächenschaden. Okay. Oh, 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 oh. Ich nehme auch irgendwo meine Eilzauber nicht richtig. Aber es ist auch nur ein Rathaus 12. Allerdings. Ah, ja, ja, nein. Jetzt meine ganzen Loons darüber. Ah, nicht. Ah, es hat nicht alle erwischt. Okay, es hat nicht alle erwischt. Das ist schon mal ganz gut. Dann können wir hier das so ein bisschen machen. Und hier nochmal den rausnehmen. Ja, haben wir ganz gut gemacht, glaube ich. Das haben wir so ganz gut gemacht. Oh, ich muss hier die... Die 9 muss ich nicht versetzen. Aber ich habe jetzt gleich eine andere Armee. Und dann nehme ich eigentlich immer das, was da ist. Sonst bist du auch ewig nur am Base, beziehungsweise am Armeen umbauen. Und das ist auch nicht Sinn der Sache. Aber ich glaube, das war jetzt ein kleiner Overkill. Aber für die fast 500.000, glaube ich, war das in Ordnung. Nur ist mir jetzt auch gerade wieder was aufgefallen. Ich hatte... Ich hatte richtige Clanburg. Ja, ich hatte richtige Clanburg. Damit sind wir beim Thema. Denn Falschspenden haben wir jetzt demnächst, glaube ich, ein Ende. Da wir ja ein Lebensqualitäts-Update bekommen. Und das finde ich richtig, richtig gut. Also ist es natürlich sehr, sehr lang. Ich gehe das auch nicht mit euch durch oder so. Aber ihr könnt mir gerne ein paar Meinungen unten reinschreiben, was ihr davon haltet, dass man eigentlich nicht mehr Falsch spenden kann. Aber ihr könnt euch immer noch alles spenden lassen, was geht. Ich bin ja oftmals so einer oder mit kleinen Clans, mit nicht so hohen Accounts. Da kannst du manchmal gar nicht Max spenden. Wenn dort einer den Haken macht, bitte nur maximale Truppen. Selbst wenn es ein Clan-Level 10 ist und dort sind vorwiegend 9er drin oder 10er drin. Da kannst du nicht alles Max spenden. Und dann sollte man den Haken tunlichst denn doch rausnehmen. Sonst kriegst du die Burg halt nie voll. Oder du musst sie in einen anderen Account in den Clan holen. Aber ich finde es echt sehr, sehr gut. Hat sich ein bisschen oder es wird sich ein bisschen was verändern hier. Und auch die ganze Sache bei der, wenn jetzt die Clan-Spiele vorbei sind, wenn du dort die Sachen dann nimmst und du hast sie voll, musst du nicht erst in deine Treasury reingehen, was verkaufen. Dann kannst du es auswählen, dass du es wieder füllst und so. Sondern es werden gleich Juwelen angeboten. Finde ich auch sehr, sehr gut. Und Forschungstrank hält jetzt ein bisschen länger. Dafür ist er demnächst beim Händler etwas teurer. Die ganzen Layouts hier um den Skin-Wechsel, um diese Skin-Wechsel-Geschichte, da glaube ich, demnächst wird es auch den Skin zu kaufen geben. Denn hier steht, wenn du einen Helden kaufst oder erwirbst, also einen Helden-Skin erwirbst, also wird es ihn demnächst wohl zu kaufen geben auch. Ihr braucht dann nicht mehr den Pass. Oder war das jetzt diese einmalige Sache zu diesem Jubiläum, wo es die Queen oder diesen Queen-Skin ja mal zu kaufen gab. Keine Ahnung, vielleicht gibt es das jetzt demnächst öfter. Und die Entwickler sagen sich, komm, wir kleiden die jetzt mal immer schön neu ein. Hier irgendwie so ein Motto-Monat oder sowas. Keine Ahnung. Andere Verbesserungen. Es gibt noch sehr, sehr viele Verbesserungen, was den Wächter angeht. Und die behobenen Fehler hier, die gehe ich jetzt nicht in Einzelnen mit euch durch. Lest euch das ein bisschen genauer durch. Denn es kommen ganz, ganz interessante Sachen auf uns zu. Wir werden das Ganze einfach dann ein bisschen vielleicht in den Streams abarbeiten oder so. Ob das jetzt auch wirklich so ist. Denn nicht alles ist manchmal so, wie es sich liest. Da musst du es vielleicht nochmal nachlesen. Aber ich finde es sehr, sehr gut. Ich weiß nicht, was ihr davon haltet. Ich halte davon erstmal... Achso, ich dachte gerade, ich hätte nicht nachgebaut. Ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr gut. Beziehungsweise finde es sehr, sehr schick, dass ein bisschen jetzt an der Lebensqualität hier gefeilt wird. Und ich mag das auch. Ich mag das sowieso. Ich meine, ich mag es eigentlich jetzt schon so, wie es ist. Aber wenn es dann nochmal einen ganz kleinen Ticken mehr, das nochmal ein bisschen rauskitzelt. Und es sind ja kleine, aber feine Sachen. Und ich hoffe, sie machen das dann auch mit der Clanburg, dass wenn du den Boost hast, die Clanburg dann auch fertig ist. Wenn deine Truppen fertig sind. Also auch die Clanburg im Boost ist, wenn du Truppen anforderst. Das ist immer noch mein eindringlicher Wunsch. Und eigentlich wünsche ich mir auch, dass man hier oben in diesem Tab hier, bei diesen Freundschaftsanfragen, dass man da auch irgendwo einen Haken ansetzen kann. Keine Freundschaftsanfragen entgegennehmen. Oder gar nicht erst auftauchen lassen. Sag ich jetzt mal so. Ist vielleicht auch ein bisschen doof, aber naja. Ja, ihr wisst schon genau, was ich meine. Achso, die andere Sache steckt hier natürlich auch drin. Kurz ein bisschen Werbung für die GML. Also, dass Gladiator-Turnier kommt. Habe ich mir heute, beziehungsweise ich bin ja schon länger dort auch bei der GML im Discord. Und weiß das natürlich jetzt auch schon ein bisschen länger. Und ihr ja auch, wenn ihr dort auch tätig seid. Aber hier nochmal an offizieller Stelle drauf hingewiesen, dass es eine neue Turnierart gibt. Ein Gladiator-Turnier. Der Rathausstufen 9 bis 13. Und dabei spielen immer 5 Accounts mit der gleichen Rathausstufe. Also ab Rathaus 9 finde ich in Ordnung. Darunter weiß ich nicht, ob es darunter Sinn machen würde, jetzt auch 6er, 7er, 8er das auch noch anzubieten. Dann wird das auch arg, ich will nicht sagen unübersichtlich, aber ich glaube, dann wird das ein bisschen zu big. Und was gibt es zu gewinnen? Natürlich Ruhm und Ehre, keine Frage. Aber es gibt auch Geldpreise und ich glaube auch Gempreise. Dann müsst ihr selber mal auf den Discord von der GML. Verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Könnt ihr direkt reinklippen. Müsste eigentlich ein Link sein, wo man dann direkt in den Discord reinkommt. Und da seht ihr auch dieses Turnier hier. Und ihr seht auch noch andere Turniere. Und ihr seht auch Links zu anderen Discords, die dort auch Turniere anbieten. Die darf man hier auch nicht vergessen. Die habt ihr aber alles schon mal gesehen. Das ist DCM, das ist Potluck, das ist die HCWL und so weiter. Das findet ihr auch dort. Deswegen klemme ich immer die Links dieser Discord. Nicht immer unbedingt. Unten drunter, da reicht eigentlich einer, weil die Verlinkungen, mittlerweile sind die Partnerschaften ja so ziemlich alle da, auch zur Global Community und so weiter. Und dann findet ihr auch die Links von den anderen Discords. In der Regel bei der GML oder zumindest die Partnerlinks. Und braucht dann eigentlich von mir nur Einnahmen. Ich würde sagen, wir machen noch einen Angriff. Das Doofe ist, auch das, da solltet ihr dran denken. Ich habe hier vor 8 Stunden ein Spiel angenommen oder vor 6,5. Man sollte es auch spielen und nicht stundenlang spazieren gehen. Obwohl heute war ein sehr, sehr schöner Tag. Der endet jetzt mal ein bisschen anders. Aber, also jetzt nicht unbedingt, oh es wird dunkel. Sondern er endet ja jetzt nochmal ein bisschen anders, was unsere kleineren, aber feineren Lebenseinschränkungsqualitäten im Real Life betrifft. Ist aber eine andere Sache. Die Diskussion führe ich mit euch lieber in den Streams. Da stehe ich euch auch Rede und Antwort, wie es so um uns steht. Und ich frage natürlich auch viel, wie ist es bei euch. Ich habe hier auch Zuschauer aus Österreich, aus der Schweiz, aus Tirol und aus Italien sicherlich. Und da ist es dann auch mal nett, auch mal andere Stimmen zu hören zu dem ganzen Thema. Aber das soll nicht Thema von Clash of Clans sein. Wir zocken hier und machen auch noch einen zweiten Angriff. Ich werde jetzt nochmal anfordern, mich nochmal in die Lupe begeben. Also kurzen Cut. Dann machen wir hier noch, ich hoffe vielleicht sogar das Spiel. Fertig. 3, 2, 1, los geht's. Yo, ich habe ein bisschen gesucht. Hat auch wieder ein bisschen gedauert. Klar, ihr hört, wo du jetzt erstmal kommst Richtung Legende, desto schwieriger wird es auch erstmal mit den Sachen, beziehungsweise wird es jetzt auch erstmal dauern. Ich meine, ich bleibe jetzt glaube ich so ein bisschen so Titan 3 oder 2. Mal gucken, wo die Reise so hingeht. So genau kann ich mich da, habe ich mich da noch nicht festgelegt. Aber wie ich mich hier schon festgelegt habe, ist eigentlich, wo ich hier so ein bisschen rein oder rüberjumpeln will. Ich gucke mal gerade. Da unten ist sowieso auf. Sehe ich gerade, oh, gehen jetzt schon da auf meine Dinger da. Das ist nicht so gut. Ich weiß gar nicht, ich muss gestehen. Ach, das habe ich in der Klabe. Okay, das können wir aber nehmen. Das können wir aber nehmen. Und, ähm, ich habe gerade, wieso habe ich denn keinen Sprungzauber? Ach, Toto. Toto hat keinen Sprungzauber. Da müssen wir hier irgendwie reingehen, glaube ich. Ich glaube, da müssen wir da irgendwo reingehen. So, dann nehmen wir mal hier die Walli. Und unsere paar Blimps. Oh, jetzt haben mich schon die Heiler verlassen, sowas. Na super. Na super, aber der Funnel war eigentlich gar nicht mal so schlecht. Der muss auf Boden hier ganz, ganz schnell. Und, oh, was haben wir da? Oh, ein Drachen, 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 Drachen. Drachen, Drachen. Okay, mal sehen. Wir müssen ein Dreier holen, sonst schaffe ich das von der Zeit natürlich nicht mehr. So, wovon können wir die von da starten lassen? Denke ich mal. Das ist mal gar nicht so schlecht. Und, oh, ich habe nur noch die Hexen da oder was? Oh, 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 oh. Bisschen geht er ja immerhin schon mal so zum Rathaus. Den King zünden wir mal. Und die Championatin zünden wir auch. Das, den machen wir mal eben Mundtut, dass die da unten ein bisschen weitermachen kann. Ich habe noch einen hiervon. Und einen Ballon. Den setzen wir mal von da, aber ich glaube, das werden keine drei Sterne. Oh, nö. Ach, nee. Ach, nee. Ach, nee. Ach, nee. Sehr ärgerlich. Ich glaube, das werden keine drei Sterne. Oder, obwohl die ist noch dabei. Ah, die ist noch. Na, komm, 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 komm. Zwei Defenses No-O werden doch drei. Okay. Ah, dann schaffe ich das Clanspiel doch irgendwie. Boah. Das hat mich jetzt schon wieder ein bisschen geärgert. Ihr wisst ja, wenn das Clanspiel ausläuft, dann könnt ihr es mit Gems wieder freikaufen. Aber je größer das Clanspiel ist, also je länger es dauert und es läuft dir davon oder du schaffst es halt nicht ganz von der Zeit her, desto teurer wird das auch. Und das kann auch mal ganz schön teuer sein. Dann ärgert es dich am Ende, dass du vielleicht hier nur irgendwie ein so ein Teil noch machen musstest und schaffst das nicht. Das ist immer sehr, sehr unglücklich. Boah. Mal gucken. Ich habe ja heute nicht so viel gemacht mit dem Account hier. Mal sehen, was wir so machen können, was eigentlich gar nicht mal so schwer ist und aber trotzdem ein paar viele Punkte bringt. Okay, das mache ich nicht mit euch. Das mache ich mal nicht mit euch. Ich glaube, da habt ihr keinen Bock drauf. Die können wir mal nachbauen hier. Die ist ja mal gar nicht so schlecht. Aber wie gesagt, ich habe da keinen Sprungzauber. Wieso habe ich keinen? Da habe ich jetzt einen Sprungzauber. Okay. Der hier soll eigentlich, äh, was hat der denn eigentlich nicht? Jetzt ist immer die Frage, was habe ich denn jetzt eigentlich zu viel und was habe ich zu wenig? Hier gehört der Sprungzauber nicht rein. Da gehört der Sprungzauber nicht rein. So, und hierzu gehört nämlich noch ein Fries. Da ist da eine Fries. Da ist der Sprung. Ach, da ist der Sprung. Naja, egal. Ich hoffe, das Ganze heute, hat euch, entschuldigt, bitte, hat euch auf dem Montag ganz gut gefallen. Ich habe jetzt extrem spät abgedreht. Oh, ich habe ein Trainings dran. Für Nobby, für Nobis. Das ist immer sehr, sehr schön. Und boost jetzt noch ein Stündchen weiter. Wir sehen uns ja in jedem Fall in dieser Woche wieder mit dem einen oder anderen Livestream. Seid auf jeden Fall dabei. Twitch.tv, schräger Toto Clasht. Und dann sehen wir uns sicherlich hoffentlich gesund und munter. Ja, wieder bis dahin, Leute. Seid gedrückt, sag ich jetzt immer, ne? Oder fühlt euch gedrückt. Euer Toto Clasht. Euer Toto Clasht.